Katharina Barthold bei uns am Mikrofon, die City-Managerin aus Neu-Irm. Frau Barthold, wie gefallen Ihnen denn heute die männlichen Teilnehmer? Sehr gut. Es war jetzt für mich wirklich schwer zu entscheiden. Sie sind jung, sie sind hübsch, sie sind lebendig und haben natürlich eine gute Aura. Viele, also es war wirklich schwer, meine Entscheidung. Welche zwei Dinge muss denn der neue Mr. Schwaben auf jeden Fall mitbringen? Eine gute Aura, klar, Ausstrahlung. Man muss sich einfach vom Optischen, man muss sich gut bewegen können. Ich finde, das Gesicht muss ein Strahlen haben und natürlich die ganze Erscheinung. Wie gefällt Ihnen denn die Mode, die hier heute präsentiert wird? Würden Sie jetzt hier gleich noch durch die Classies-Galerie laufen und sich das ein oder andere Teil vielleicht zulegen? Also bei Jeans bin ich immer dabei. Ich bin privat sehr sportlich, also Jeansjacke, Jeanshose. Also ich denke, ja, ein kleiner Bummel werde ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Danke, vielen Dank.